Hallo Leute, hier ist wieder euer Marco von ebiketester24.de und ich habe heute mal wieder einen E-Scooter für euch. Ja, und zwar den Navi V50. Ja, der Navi V50 ist ein typischer Einsteiger-E-Scooter, der ja im Gegensatz zu dem letzten Modell, das ich hier vorgestellt habe, den Yo-Yo E-Scooter, tatsächlich schon so eine Art Leichtgewicht ist. Ist da tatsächlich, ja, im Vergleich zu einigen anderen E-Scooter noch nicht, aber er ist doch schon deutlich leichter und ich glaube, der ist sicherlich auch für den einen oder anderen, ja, E-Scooter-Interessenten doch sehr interessant mal so zu sehen, was dieser E-Scooter hier so alles kann. Ja, dieser hier wurde mir freundlicherweise mal wieder von Geek Buying zur Verfügung gestellt für ein Review. Ja, ich habe den jetzt schon, ja, gute zwei, drei Wochen bei mir im Test. Entsprechend habe ich mir gedacht, mache ich jetzt hier mal das Review dazu. Ähm, ja, was gibt es denn alles so großartig, zu diesem E-Scooter zu erzählen? Fangen wir mal wieder hier oben mit der Bedieneinheit an. Ähm, wir haben wirklich ein sehr, ja, großes, schlichtes Display. Ja, hier flackert das natürlich wieder alles ein bisschen, aber ich denke, ihr könnt es sehen. Ja, das Display ist folgendermaßen aufgebaut. Hier sehen wir die Geschwindigkeit in Kilometern. Das hier ist der aktuelle Akkustand. Fünf Balken ist voll. Wir haben jetzt noch drei Balken übrig. Dann gibt es hier drüben, gibt es die Modi-Anzeige. Ja, ihr könnt das S da, denke ich mal, sehen. Es ist der Sport-Modi. Ähm, ja, die höchste Fahrstufe sozusagen. Das ist das Bedienelement. Ja, besteht aus zwei Sachen. Einmal hier oben der Power-Taste. Dann hier unten aus dem, ja, Gashebel. Sehr intuitiv das Ganze. Ähm, ja, bedienen tut ihr es folgendermaßen. Zum Einschalten diesen Knopf hier einfach, ich glaube, zwei bis drei Sekunden gedrückt halten. Dann schaltet sich das Display hier ein. Wenn ihr dann einmal klickt, schaltet ihr das Licht von diesem E-Scooter ein. Das zeige ich euch gleich nochmal. Wir klicken nochmal, damit wir es wieder ausschalten. Und um durch die Modi durchzuschalten, müsst ihr immer Doppelklick machen. Also Klick, Klick. Jetzt sind wir hier im Walking-Modus. Könnt ihr wahrscheinlich gerade nicht so gut erkennen. Ja, im Walking-Modus fährt das Ding 6 kmh. Nochmal Doppelklick. Dann sind wir hier in der Fahrstufe D. Ja, man kann es ganz schemenhaft erkennen. Fahrstufe D ist bis 15 kmh. Das ist der Standard-Modus. Und dann gehen wir mal wieder auf Sport. Sport ist, wie gesagt, dann bis 20 kmh. Und zwar auch wirklich nur bis 20 kmh. Ähm, ja, hier haben wir keine Toleranz irgendwie, die wir hier ausreizen, dass wir 21 oder 22 kmh fahren. Ne, ne, hier ist sofort dann Schluss bei 20 kmh. Ja, es ist in Ordnung. Aber ich denke, ja, da die anderen Hersteller hier doch schon ein bisschen was ausreizen, was die Geschwindigkeit angeht, hätte man hier vielleicht auch bis zu 20 kmh ermöglichen können. Ähm, wo ich gerade bei anderen Hersteller bin. Also der hier ist ja von Navi. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und Navi ist eine Untermarke von Xiaomi. Ja, deswegen haben wir hier auch eine relativ hohe Ähnlichkeit zu vielen, ja, oder einigen Xiaomi E-Scootern. Und das liegt eben daran, ja, das ist so, man kann sagen, das ist der, der, der Datschia von Xiaomi. Ist eben Navi, ja, für das günstige Einsteigersegment einfach geeignet. Ähm, runden wir hier mal die Vorstände vom Cockpad komplett ab. Hier befindet sich die Klingel, ähm, mit so einem, ja, sehr interessanten Hebel. Das zeige ich euch gleich auch nochmal, wofür der ist. Nämlich für den Klappmechanismus. Ähm, ja, hier oben ist die Bremse. Wir haben hier auch nur einen Bremshebel. Ähm, ja, das liegt daran, weil wir auch nur hinten eine, ja, mechanische Scheibenbremse haben. Vorne haben wir ein E-ABS-System. Das heißt, da bremst der Motor uns runter. Und das Ganze sogar mit einer Rekuperation. Das heißt, jeder Bremsvorgang bringt uns auch wieder ein bisschen Energie dann in den Akku zurück. Der Akku befindet sich unter dem Trittbrett, ja, welches auch wirklich sehr, sehr schmal ist. Also, ich lege mal hier nur mal so meine Hand drauf. Also, ja, ein bisschen mehr als eine Handbreite ist das hier nur, äh, aber immerhin richtig schön gummiert. Also, das gefällt mir richtig gut. Hat auch richtig schönen Grip. Da kann man gar nichts zu sagen. Die Ladebuchse befindet sich hier unten. Ja, hier auch sehr schön mit so einer, ja, Gummiabdeckung hier. Also, das ist auf jeden Fall vor Spritzwasser geschützt. Ähm, auch absolut in Ordnung. Kann man nichts zu sagen. Ähm, ja, der E-Scooter kommt mit einer, äh, ABE, also mit einer allgemeinen Betriebserlaubnis. Das heißt, ihr könnt den E-Scooter ohne Probleme einfach bei eurer Versicherung zur Haftlicht anmelden. Und, ja, bekommt dann innerhalb von, ja, wenigen Tagen, ja, einfach das Versicherungskänzler hinzugeschickt. Also, wirklich sehr, sehr problemlos. Gucken wir uns mal einmal die Beleuchtung an. Dafür so richtig hier mal die Powertaste. So. Was mir gut gefällt. Bei diesem E-Scooter ist die Beleuchtung wirklich knapp unterhalb des Lenkers montiert. Und nicht wie bei dem Jojo-Modell da unten. Dadurch habt ihr halt, ja, wenn ihr im Straßenverkehr unterwegs seid, eine deutlich höhere Sichtbarkeit. Weil der Scheinwerfer halt auch über so die Motorhaube von anderen Autos rüberleuchtet. Und, ja, da unten kann man es aus dem Auto meistens auch gar nicht so richtig sehen aus dem Fenster. Gefällt mir richtig gut. Ja, das ist ein ganz normales Rücklicht hier hinten. Ja, so wie man es eigentlich von allen E-Scooter kennt. Das ist absolut nichts Besonderes. Ich zeige euch das einmal. Wir haben ja ja auch immerhin Bremslicht verbaut. So wie es sein muss. Schalten wir die Beleuchtung mal wieder aus. Und ja, da haben wir es auch einmal gesehen. Die Reifen sind 10 Zoll Reifen. Also im Durchmesser 10 Zoll. Die Breite sind 2,125 Zoll. Ich gehe mal hier ein bisschen aus der Sonne raus. Schlag mal hier so ein bisschen ein. Also die bieten wirklich einen viel, viel besseren Abrollkomfort als normale 8 Zoll Reifen. Das sind auch richtige Luftreifen hier, die hier verbaut sind. Keine Vollgummi. Das heißt, die Reifen dämpfen schon ein bisschen. Was sicherlich auch nicht gerade unhilfreich ist, sage ich mal. Dadurch, dass wir hier weder vorne noch hinten irgendwie eine Federung verbaut haben. Das heißt, der E-Scooter ist absolut starr. Die einzige Federung, die wir haben, sind die Reifen. Ja, und dann natürlich unsere Arme und Beine, die dann die restlichen Schläge hier abdämpfen müssen. Das ist auch ein ganz normales Straßenprofil. Das zeige ich euch dafür auch noch mal. Ja, das ist ein E-Scooter für die Stadt, kann man so sagen. Man kann auch Weitwege damit fahren. Aber ja, dafür ist der E-Scooter halt eigentlich nicht gedacht. Der Akku sitzt wie gesagt schon unter dem Trittbrett. Wir haben hier, lasst mich mal einmal kurz nachschauen. Ich habe mir hier extra meine Notizen gemacht. Eine Kapazität von 10,4 Amperestunden und es ist ein 36 Volt Akku verbaut. Ja, der Hersteller gibt eine maximale Reichweite von 50 Kilometern an. Das ist, denke ich, sehr, sehr optimistisch. Naja, was heißt, denke ich? Ich weiß es natürlich. Und das werde ich euch dann gleich auch einmal im Fahrtest noch mal genau zeigen, wie weit ich hiermit dann tatsächlich gekommen bin. In den letzten, ja, zwei, drei Wochen. Also ich habe einmal einen großen Reichweiten-Test gemacht. Dann bin ich den Akku in einem Stück leer gefahren. Und ja, das werde ich euch dann gleich einmal erklären. Ich gucke hier mal meine Notizen, ob es hier noch irgendwas zu erklären gibt. Ja, die maximale Gesamtzuladung von diesem E-Scooter liegt bei 120 Kilogramm. Ja, das ist auch ein guter Durchschnitt. So liegen die meisten E-Scooter ja eigentlich. Und was ich ja auch noch gar nicht erwähnt hatte, der Motor ist ein 350 Watt Motor und Navi gibt eine maximale Leistung von 700 Watt sogar an. Aber wie gesagt, die Nennleistung sind 350 Watt nur. Davon da nicht täuschen lassen. Was ich euch jetzt eigentlich nochmal zeigen möchte, ist, wie man den E-Scooter zusammenklappt. Und da gibt es hier auch am Lenker eine, ja, sehr nette Besonderheit, finde ich. Ich mache den hier mal aus. Wenn er ausgeht, piept er einmal. Ich kann euch auch noch einmal kurz sagen, wenn ihr den E-Scooter bekommt, dann piept er dauerhaft, die ganze Zeit erst mal. Ihr müsst den E-Scooter einmal per App freischalten, dann hört das Gepiepe auf. Ja, da war ich am Anfang auch immer überlegen, hä, woran liegt das denn jetzt schon wieder? Habe ich alles wild versucht zu drücken. Und da habe ich natürlich mal in die Anleitung irgendwann reingeschaut. Und ja, man muss ihn einmal per App anmelden. Das war die ganz normale Xiaomi Home App, die ihr da rausladen müsst. So, ich zeige euch nochmal, wie man es hier zusammenklappt. Und zwar gibt es hier einmal im Lenker einen Hebel, den ziehen. Dann könnt ihr den Lenker, ja, so drehen, so vertikal. Dann macht ihr den Hebel hier wieder zusammen. Dann habt ihr hier unten den anderen Hebel, auch den einfach nach hinten klappen. Ihr habt es hoffentlich gesehen. Und dann nehmt ihr euch den Lenker einfach, klappt ihn runter. Und jetzt seht ihr hier von der Klinge diesen Haken. Und hier unten am hinteren Schutzblech ist auch noch ein Haken. Da hakt ihr es einfach ein. Dann ist der Lenker fest. Und so sieht der E-Scooter dann zusammengeklappt aus. Also, ja, wirklich sehr, sehr schlicht hier alles. Und sehr, sehr leicht sieht das auch aus. Und es ist auch wirklich sehr leicht. Klappen wir mal hier den Seitenständer zusammen. Dann nehmen wir uns den E-Scooter mal. Und ja, also ihr könnt sehen, den kann man dann problemlos einfach wegtragen. Das will ich jetzt natürlich hier nicht über den ganzen Fußballplatz rüber tragen. Zum Ausklappen einfach wieder den Seitenständer. Dann hier hinten wieder einmal so zur Seite schieben. Lenker hoch. Dann den Verschluss. Immer darauf achten, dass es klickt. Dann hier auch ziehen. Lenker gerade stellen. Und dann auch hier wieder gucken, dass es klickt. Ja, und dann ist der E-Scooter auch wieder komplett aufgeklappt und wieder bereit für die nächste Fahrt. Und wo wir jetzt beim Thema nächste Fahrt sind. Wir springen jetzt einmal in den Fahrttest über. Und dann sehen wir uns gleich. So Leute, dann starten wir jetzt mal den Fahrtest mit dem Navi V50. Und ja, was ich euch als allererstes einmal sagen kann. Der E-Scooter hier hat keinen Nullstart, sage ich mal so. Also ihr könnt nicht aus dem Stand heraus mit diesem Gashebel hier beschleunigen. Ihr müsst euch immer erst mal anschieben bis auf 5 kmh. Also ein Fußtritt reicht da eigentlich immer. Und ja, erst dann könnt ihr ja elektrisch mit diesem Hebel hier fahren. Ein bisschen ungewohnt. Viele E-Scooter haben das ja tatsächlich so, dass sie aus dem Stand heraus beschleunigen können. Ja, das geht bei dem hier leider nicht. Das kann man auch nicht in der App irgendwie freischalten. Das finde ich ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Gerade weil ich das ja von dem, ja, von meinem vorherigen E-Scooter, dem Jojo Y8S so kennen. Ja, darüber müsst ihr euch auf jeden Fall schon mal bewusst sein. Das wollte ich als allererstes einmal kurz schon mal erwähnen. Ja, ansonsten ist das Fahrverhalten, ja, typisch E-Scooter, würde ich mal wieder sagen. Wir haben hier auch einen wirklich, ja, relativ leichten E-Scooter. Kein richtiges Leichtgewicht. Ja, wir liegen hier aber knapp über 16 kg. Ja, andere E-Scooter liegen da auch durchaus schon mal so bei, ja, im 15er-Bereich. Aber das ist alles noch im Rahmen. Wir müssen ja auch immer bedenken, ja, wir haben ja einen typischen Einsteiger-E-Scooter eigentlich. Navi ist ja, ich weiß nicht, ob ich es bereits schon erwähnt hatte, eine Untermarke von Xiaomi. Deshalb wird dieser E-Scooter hier auch über die Xiaomi-App gesteuert. Ja, das einmal dazu, damit ihr das auch schon mal wisst. Aber ansonsten so zum Fahrverhalten. Wir haben ja, wie gesagt, keine Federung verbaut. Das merkt man auch. Also hier sind jetzt auf dieser Landstraße öfter mal so, ja, kleine Schlaglöcher oder so Hüppel, wo so, ja, Wurzeln den Weg ein bisschen angehoben haben. Das merkt man schon wirklich deutlich. Also hier wird fast jeder Schlag wirklich richtig schön an den Lenker weitergegeben. Ja, mich persönlich stört es jetzt so nicht. Ich merke es nur gerade so, dass die Kamera wackelt dann in dem Moment immer ein bisschen. Deshalb, ja, es ist nicht ganz so komfortabel wie mit dem Jujo-E-Scooter. Ich ziehe da jetzt immer so ein bisschen den Vergleich, weil das ist das Referenzmodell, was ich hier auf meinem Kanal bisher vorgestellt hatte. Aber, ja, wenn man einfach nur etwas besonders Leichtes haben möchte, dann reicht das auch völlig. Immerhin haben wir ja auch die 10 Zoll Reifen, also richtige Luftreifen hier verbaut. Das heißt, die sind ja immerhin schon mal ein bisschen stabiler und komfortabler als die kleineren 8 Zoll Reifen, die ja häufig bei E-Scootern verbaut werden, besonders bei den günstigen. Das ist dahingehend auf jeden Fall schon mal ein absoluter Pluspunkt. Und, ja, ihr seht, ich fahre hier so ziemlich konstant mit 20 kmh gerade oder sehr konstant. Und dieser E-Scooter regelt auch wirklich knallhart bei 20 kmh ab. Ja, da wird keine Toleranz irgendwie ausgenutzt, keine 21 oder 22 kmh. Es gibt hier nur diese hier. Und ich bin jetzt gerade im Sportmodus unterwegs. Ich werde jetzt hier mal ein bisschen langsam. Dann zeige ich euch mal hier den Walking-Mode. Der Walking-Mode, der ist ein 5 kmh. Ja, manchmal springt er auch auf 6. Dann wird auch automatisch vorne die Beleuchtung eingeschaltet. Deswegen ist das Display jetzt auch ein bisschen hier gerade abgedunkelt. Dann gehen wir mal weiter auf den nächsten Mode. Das ist der Drive-Mode oder, ja, der Standard-Mode kann man so sagen. Da beschleunigen wir dann auf 15 kmh immer. Ja, also ihr seht, ich mache hier wirklich Vollgas. Und dann der letzte Mode ist dann natürlich der Sport-Mode. Da geben wir Vollgas, da fahren wir an die 20 kmh. Und ihr seht, ich bremse immer relativ abrupt hier schon ab, wenn ich nur das Gaspedal loslasse oder den Gas hebe. Und das liegt nämlich an der Rekuperierung dieses E-Scooters. Vorhin haben wir ja den Motor verbaut. Der ist ja aus EABS, sitzt da ja auch mit drin. Und darüber wird eben auch die Rekuperation gesteuert. Das heißt, wenn ich jetzt einfach nur so loslasse, dann bremst er direkt schon runter. Das geht so, ja, bis 6, 7 kmh kann man sagen. Dann hört die Rekuperation auf. Dann rollen wir einfach nur ganz normal weiter. Jetzt muss ich uns nochmal wieder noch anschieben. Und das bringt natürlich nochmal so einen ganz kleinen, ja, Reichweiten-Boost kann man sagen. Wir haben ja wirklich nur einen sehr, sehr kleinen Akku verbaut. Ich habe die Zahl gerade nicht im Kopf. Ich habe es sicherlich eingangs erwähnt. 300, oder ja, es ist ein 36 Volt Akku mit 10,4 Amperestunden, meine ich. Laut Hersteller sollen wir damit bis zu 50 km erreichen. Das habe ich leider nicht geschafft. Obwohl ich die Rekuperation auf höchster Stufe eingestellt habe, bin ich tatsächlich nur auf, ja, knapp 30 km gekommen. Im Flachland, dazu muss man natürlich sagen, ich fahre dauerhaft auf Vollgas im Sportmodus. Dazu muss man dann auch sagen, ich bin relativ schwer. Ja, aber dazu muss man dann halt auch sagen, ich hatte es bereits schon erwähnt, ich bin halt im Flachland unterwegs. Das heißt, wenn ihr irgendwo fahren möchtet, wo vielleicht auch noch ein paar Berge oder sowas sind, dann, ja, wird das Ganze natürlich noch deutlich anders aussehen hier. Ja, da war Navi oder Xiaomi ein bisschen optimistisch mit der Reichweitenangabe. Das haut, wie gesagt, so leider nicht hin. Ansonsten, ich drücke jetzt einfach mal so die Bremse hier von das E-ABS. Das heißt, der Reifen blockiert dahingehend schon mal nicht. Hinten die Scheibenbremsen blockieren dann natürlich. Das liegt aber auch daran, wenn der Frontmotor oder dieses E-ABS vorne bremst, wird natürlich auch ein bisschen das Heck entlastet. Und dadurch, ja, kommt es dann dazu, dass die mechanischen Bremsscheiben oder die Reifen nicht eine ganz hohe Bodenhafnung haben und dadurch natürlich dann auch zum Blockieren neigen. Aber so im ganz normalen Alltag ist es tatsächlich so, dass ich einfach nur loslasse. Und wenn man da ein bisschen vorausschauend ist, dann seht ihr, dann ist man auch so nach, ja, ich würde mal sagen, fünf, sechs Metern dann schon zum Stillstand gekommen. Das heißt, wenn ihr seht, oh, da ist eine Ampel rot, dann lasst ihr einfach rechtzeitig los und dann passt das auf jeden Fall schon. Ja, was für mich ein Kritikpunkt eigentlich ist, was aber halt auch wieder diesem schlanken, leichten Design zuzuordnen ist, ist das wirklich sehr schmale Trittbrett. Ich zeige euch das gleich einmal kurz, wenn ich, ja, hier sind die jetzt aus der Kurve raus. Ich gehe mal jetzt hier so runter. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Also ich habe meine Füße ja gerne so nebeneinander und das ist wirklich sehr wackelig. Also ich stehe hier wirklich am, ja, am allerletzten Ende. Also besser ist es, wenn man die tatsächlich hier hintereinander hinstellt, die Füße. Ja, ein bisschen breiteres Trittbrett hätte hier auf jeden Fall nicht geschadet. Ansonsten die Gummierung als solches von Trittbrett ist wirklich sehr, sehr gut. Das gefällt mir. Das mache ich richtig, richtig gern. Aber ja, das ist halt so ein kleiner Kritikpunkt. Das Trittbrett ist definitiv zu schmal. Auch der Lenker hätte für meine Verhältnisse durchaus noch ein bisschen breiter sein können. Aber er ist in Ordnung. Diese Gummigriffe hier sind jetzt natürlich auch nicht das Beste vom Besten. Aber mit einer Reichweite von, ja, 30 Kilometern wird man ja auch nicht allzu lange mit diesem E-Scooter hier unterwegs sein. Und ja, ihr habt jetzt eben mal gesehen, so abgesenkte Bordsteine kann man problemlos hochfahren. Oh, da ist eine Kerze. Ich hoffe, wir fahren die gleich nicht über. Wir versuchen mal vorbeizukommen. Super. Hat alles wunderbar geklappt. Was ich auch nochmal ansprechen möchte, ist die Beleuchtung. Hier ist die Beleuchtung ja wirklich knapp unterhalb des Lenkers montiert. Die Frontbeleuchtung, ja, das Rücklicht ist natürlich wieder unten am Trittbrett ganz normal. Aber es ist tatsächlich eine wirklich sehr akzeptable Ausleuchtung für einen preiswerten Einsteiger E-Scooter. Man wird sehr, sehr gut gesehen im Straßenverkehr, dadurch, dass die Leuchte halt wirklich weit oben angebracht ist. Und versuchen wir mal hier auf die Landstraße zu kommen. Uiui. Ja, ist halt wirklich sehr, sehr wendig das Ganze hier. Ja, also die Beleuchtung ist wirklich akzeptabel. Da kann man gar nichts zu sagen. Damit bin ich zufrieden. Die Klingel mit diesem, ja, sehr interessanten Hebel hier. Ja, für die Klappfunktion. Ist auch wirklich ausreichend laut. Also kann man gar nichts zu sagen. Funktioniert tippitoppi. Bremshebel ist auch sehr ergonomisch. Wenn man sich dann erstmal hier mit dieser, ja, mit dieser Power-Taste, mit diesen Doppelklicken und durch die Menüs durchzukommen, wenn man sich damit dann erstmal ein bisschen eingefuchst hat, ist das auch wirklich absolut gar kein Problem. Ja, ansonsten habt ihr auch immer nochmal die App. Da könnt ihr auch noch, ja, ein paar kleinere Einstellungen tätigen. Man kann den E-Scooter abschließen sozusagen, dass man, ja, wenn ihr ihn draußen vom Laden anschließt, einfach nur hinstellen möchtet, ohne anzuschließen. Dass keiner damit einfach einmal wegfahren kann. Ja, ich würde euch trotzdem auf jeden Fall immer empfehlen, den E-Scooter anzuschließen und ihn niemals einfach so stehen zu lassen. Das ist echt dumm, will ich auf gar keinen Fall irgendjemanden raten. Ja, ansonsten, also der Motor ist als solches auch wirklich so, ja, flachland, wirklich ordentlich, durchzugsstark. Wir werden mal jetzt hier aus dem Stand einfach mal beschleunigen. Wir sind jetzt hier bei 0 kmh. Ich muss uns natürlich einmal kurz anschieben. Das mache ich jetzt. Und dann werdet ihr sehen, dass der mich auch mit 100 Kilogramm wirklich sehr ordentlich nach vorne bringt. Und ich hoffe, ihr könnt auch die Geschwindigkeit hier sehen. Ich gehe mal ein bisschen dichter ran. So, und jetzt haben wir auch schon 20 kmh erreicht. Also es ist wirklich ordentlich. Wir sind hier echt in der Ebene. Es geht jetzt nicht bergab oder so. An Berg, also an leichten Steigungen gar kein Problem. Wenn es dann doch mal ein bisschen extremer, also extrem schafft er nicht, wenn es ein bisschen steiler mal wird, verlieren wir durchaus Geschwindigkeiten. Aber so normale Straßen habe ich hier in Norddeutschland problemlos alle bewältigen können. Ich bin damit jetzt aber auch ehrlich gesagt nicht großartig im Wald unterwegs gewesen, weil es ist ein Straßen-E-Scooter hier ohne Federung. Deswegen, also ich denke mal, so normale Verkehrsstraßen sollte der E-Scooter auf jeden Fall schaffen. Wobei dann natürlich der E-Scooter deutlich in der Reichweite darunter leiden wird. Ja, sonst weiß ich gar nicht, was es sonst noch so viel zu erzählen gibt. Wir können gleich noch einmal kurz hier den Bremsweg testen. Ich würde mal sagen, sobald wir hier den nächsten Schatten hier erreicht haben, drücke ich einmal dann eine Vollbremse und zwar genau hier und dann schauen wir uns das mal an. So, also da vorne bei der Schatten haben wir mal, ja, kann ich jetzt nicht so genau sagen. Ich würde mal sagen, gute zwei, zweieinhalb Meter. Mehr definitiv nicht. Diese E-ABS-Bremse ist natürlich nicht ganz so verzögerungsstark wie, ja, wie eine mechanische Scheibenbremse. Also da hat der Jojo-E-Scooter definitiv deutlich besser gebremst. Was aber auch immer die Gefahr birgt, wenn man sich mal erschreckt und wirklich vorne voll reinbremst, dass man dann auch, ja, hinknallt, weil man eben nach vorne übergeworfen wird. Und ja, von dem her, ich würde sagen, das ist absolut ausreichend, was hier verbaut ist. Gerade auch für leichtere Leute. Die kommen damit auf jeden Fall sehr, sehr schnell zum Stehen. Und ja, nach dem Trecker fahren wir mal wieder auf die andere Straße rüber. Beziehungsweise nach dem LKW hier vorne. Und dann schauen wir mal, was ich euch dann noch erklären kann. So, ich hoffe, von hinten kommt nichts. Von hinten kommt auch nichts. Also ich kann euch auch mal kurz hier so zeigen, so, ja, normale Schlangenlinien und so. Das ist alles gar kein Problem. Was ich ein bisschen bei diesem E-Scooter hier vermisse, oder ich glaube, ich habe es ja auch eben schon erwähnt, ist der Tempomat. Ja, ist hier halt leider nicht zu aktivieren irgendwie. Das hat mir beim Jojo auch sehr, sehr gut gefallen. Hier müsst ihr halt wirklich dauerhaft hier immer den Gashebel runterdrücken. Ja, aber das ist auch wirklich jammern auf sehr, sehr hohem Niveau. So, wir fahren jetzt hier doch mal so einen ganz kleinen Feldweg lang. Also das ist jetzt auch hier wirklich eine absolute Premiere, habe ich das hier noch gar nicht gemacht. Wie gesagt, ohne Federung. Ich bin schon auf Kopfsteinpflastern unterwegs gewesen. Und ja, man merkt halt wirklich jede Erschütterung. Also das bisschen, was die Luftreifen hier abfedern, ja, ist wirklich minimal. Also so normal reden, ich glaube, ihr hört das auch schon, meine Stimme vibriert sogar schon richtig. Es ist möglich, so zu fahren, es kribbelt ein bisschen in den Händen, aber es geht, obwohl es natürlich nicht die Kernkompetenz von diesem E-Scooter ist. Hierfür sind das auch nicht die richtigen Reifen eigentlich. Das heißt, wenn es ein bisschen matschiger wird, wo ich jetzt aber nicht unbedingt durchfahren möchte, dann, ja, werdet ihr da auch durchaus dann Probleme mit dem Grip bekommen, dass dann vorne auch mal das Vorderrad oder so wegrutschen kann. Aber soweit, ja, ist das wirklich absolut in Ordnung. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, was es noch großartig zu diesem E-Scooter hier zu erzählen gibt. Ich glaube, ich habe soweit eigentlich alles Wichtige angesprochen. Ja, zu der Ladezeit nochmal. Also, ja, der E-Scooter braucht durchaus seine fünf bis sechs Stunden, um ihn komplett aufzuladen. Ich stand jetzt nicht mit der Stoppuhr natürlich daneben. Ich habe den einfach über Nacht vollgeladen, als ich meinen Reichweitentest damals gemacht hatte. Und das ist jetzt auch schon wieder alles ein bisschen länger her. Aber, ja, das ist auch so diese übliche Zeit, die man zum Laden von einem E-Bike oder E-Scooter in dieser Größenordnung immer benötigt. Ja, im Alltag werde ich mir wahrscheinlich sowieso niemals leer fahren, sondern vielleicht eher so für kurze Strecken verwenden. Aber, ja. Na gut, Leute, ich würde sagen, wir beenden das Video dann an dieser Stelle einmal. Ja, ich zeige euch den E-Scooter noch einmal im Kompletten. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann fragt mich gerne in den Kommentaren. Ich zeige euch hier noch einmal das Display. Ja. Ich finde es schick, sehr schlicht. Was soll man dazu noch sagen? Griffe sind soweit auch, ja, sind in Ordnung für die kurzen Strecken, die man damit fährt. Da gibt es absolut gar nichts zu meckern. Ja. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt mir gerne unten in die Kommentare. Und dann, ciao! Ich weiß nicht, was soll. Vielen Dank.